Und meine Damen und Herren, liebe ist fiete Freunde, jetzt geht es, wir kommen jetzt zum absoluten Highlight des heutigen Abends, der Finallauf hier der A-Gruppe und Tobi Kroner gibt das Zeichen, Stimmung, es soll hier richtig krachen. Also, meine Damen und Herren, jetzt geht es wirklich hier um das absolute Highlight, also das Finale hier und das Finale wird Ihnen präsentiert vom McDonalds-Team Timmer aus Kloppenburg und Sie haben folgende Fahrer hier am Start mit der Helmphabe Rot, Kevin Wölber, dann mit der Helmphabe Blau, mit der Helmphabe Weiß, Kenneth Hansen und ganz außen mit der Helmphabe Gelb, Nikolai, Flynn, das sind die Helden der Nacht, die heute hier jetzt nochmal alles reißen werden und Ihnen nochmal Speedway vom Feinsten zeigen wollen. So, jetzt gibt es also kein Zurück mehr, die Ladies verlassen das Geläub und jetzt sind da nur noch vier Helden am Start und die werden jetzt ihren absoluten Hero. Also, hier ausfahren, also, es geht darum, Keep on Racing und wir erwarten jetzt ein ganz heißes Finale und der Startmarschall geht die Stadt frei und Kevin Wölber kommt granatenmäßig aus dem Band, aber Tobi Kroner, er weiß innen, 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 Tobi Kroner, richtig zuFE. Und Kenneth Hansen hat euch wirklich so неё so gut sie schwebt, also Tobi Kroner. Also Tobi Kroner ist, er schwebt innen, aber Kevin Wölber zieht seine Zahl, Kevin Wölber, er macht das hier. Was für ein Rennen, was für ein Rennen. Kevin Gölner. Kevin Gölner geht hier das Rennen vor Lockeliolo, Tobi Kroner und Kenneth Hansen, abgeschlagen, Nikolai Kling. Also, Kevin Gölner und Tobi Kroner, sie setzen sich hier auf die ersten Plätze. Ein hammergeiles Rennen und ich denke mal, das war allein schon wert hier.